Was man am ersten Tag seines Islandurlaubs erlebt, kann völlig anders sein, als durch Berichte zuvor vermittelt. Dieses Stückchen Erde ist etwas Besonderes. Es versprüht Magie. Für die Isländer ist ihre Heimat ein eigenes Universum. Die Insulaner sind ein stolzes Volk. Ihre Städte sind geprägt von reetgedeckten Häusern, die harmonisch ins natürliche Bild integriert sind. Sobald man die Städte und Dörfer verlässt, befindet man sich mitten in der Natur. Das Bild wechselt ständig, vom satten Grün zur kargen Mondlandschaft. Es sind die unzähligen Facetten, die Island seine Ausstrahlung verleihen. Ein Kontrastprogramm aus Tälern und Bergen, Fjorden und Geysieren. Es gibt viele Möglichkeiten, die Landschaft zu entdecken. Es gibt aber nur eine, sie zu genießen. Buchen Sie jetzt bei Sonnenklar TV.